DAMA ist ein Sportverein, das bedeutet DAMA alle miteinander agieren. Der Sportverein hat das Ziel möglichst viele Menschen mit viel Sport zu erreichen. Der Potscha-Sport entspricht unserem Motto und ist ein toller Inklusionssport. Ganz besonders am Potscha mag ich die Fairness. Mit dem geeigneten Equipment für Menschen mit Beeinträchtigung wie Head-Pointer oder Rinne lässt sich auf sehr hohem Niveau spielen. Potscha ist für mich ein genialer Sport. Erstens wird die Teamfähigkeit sehr gefördert. Zweitens ist für mich der Wettkampf im Vordergrund. Ich misse mich gerne mit anderen Leuten. Es taugt mir immens und da habe ich immer das Gefühl, dass ich mich verbessern kann und immer gegen bessere Leute auf Turnieren spielen kann. Von denen bin ich fasziniert. Ich bin glücklich und zница kreier. Intentiert mich für mich. Tätig. Tschüss. Ich bin glücklich. Im glücklich. Ich bin glücklich. Und ich bin glücklich. Ich habe mich mit mir auf der Filmstift. Ich bin mir mit dem Outland. Oh, die anderen warten Um mit uns zu starten Und abzugehen An Tagen wie diesen Verspann dich schon Männlichkeit